Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Zelda Ocarina of Time. Wir haben Ganondorf besiegt und müssen jetzt schleunigst den Turm verlassen. Na dann, mal schauen ob wir es schaffen. Wo ist denn die Zelda? Hallo. Erde an Zelda? Ah, da ist er ja. Ach, muss ich dir extra folgen? Ja komm, wir schaffen das. Ach, muss ich. Das war's für heute. 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 Das war wohl eine kleine Falle, die die uns gestellt haben. Ja, dann nimm dein Rock in die Hand, Kleiner. Oh, okay. Okay, jetzt haben wir wenigstens Treppen erreicht. Ja, lauf! Ich komm schon klar, jetzt lauf! Ja, das war's für heute. Ja, da bekomme ich mit, dass der in Rückwärts-Zeitung kann. Das ist cool. Ja, und damit hätten wir das wohl geschafft. Kleiner Lack. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Ja, 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 das war's für heute. GANON Diesmal hat er keine Macht mehr über mich. Wir könnten gemeinsam, ja, von mir aus. Ich weiß eh, was ich zu tun habe. Oh, ich muss zuerst mal ins Blickfeld kommen. Ich kann mich nicht mehr über die Worte. Ich kann mich nicht mehr über die Worte. Ich denke, da muss ich doch noch auf das Teil schießen. Ups. Ja, ja, ja. Leute, mir geht die Margie aus. Endlich. Super Sla! Das Master Schwert! Es ist hier! Schnell! Her damit! Ausgerüstet bin ich. Verdammt, jetzt komme ich nicht mehr unter dem Rollen. Ja, okay. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. verdammt und 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 Ja, verdammt. Ah, ich bräuchte Magie. Komm, hol aus. Oh, Mist. Na, wenigstens habe ich noch eine Fee. Ah, wunderbar. Das ist Teamwork. Ich versuche, Ganon mit meiner Kraft zu ballen. Nimm du das Schwert und versetze ihm den Todesstoß. Das war's. Das war's. Oh, ihr sechs Weisen. Es ist soweit. Sendet eure Kraft. Ihr Erschaffer Hyrule ist. Öffnet das versiegelte Portal und schickt diese Kreatur des Bösen in den Abgrund der Hölle. Das war's. 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 Danke Superslar. Dank deiner Hilfe ist es gelungen den Großmeister des Bösen in das Reich der Hölle zu verbannen. Nun wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt, hoffentlich für alle Zeit. Ich bin schuld an all dem Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung. Ich konnte noch nicht wissen, welche Fairness sich mir auftun würden. Ich habe dich in all das hineingezogen. Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe so das Zeitportal. Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst. Superslag, gib mir die Ocarina. Als eine der Weisen habe ich die Gabe, dich in deine Zeit zurückzubringen. Will aber nicht hergeben. Nun herrscht wieder Friede in Hyrule und nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Gehe nun, Superslag, hole die verlorenen sieben Jahre nach. Gehe nach Hause, dorthin, wo dein Platz ist, als der, als der du aufwuchst. Danke, Superslag. Lebe wohl. Ja, und damit wären wir auch am Ende dieses Parts und auch am Ende von The Legend of Zelda Ocarina of Time selber. Es ist einfach ein Klassiker. Man kann es immer wieder spielen, auch wenn die Grafik zum heutigen Standard eher relativ bescheiden ist. Es ist einfach ein Kultspiel. Das irgendwie nie langweilig wird. Also ich würde es jedem wärmstens empfehlen. Holt es euch, auch wenn es uralt ist, zockt es immer und immer wieder. Es macht einfach mega Fun. Und es gibt eigentlich noch sehr viel in der Welt von Hyrule zu entdecken, da wir wie gesagt nur die Hauptquest quasi gemacht haben. Da gibt es noch ein paar Sidequests, die ihr machen könnt. Und ja, wenn euch das Let's Play, der Part und das gesamte Let's Play, sag ich mal, gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Teilt fleißig, kommentiert und ja, abonniert, wenn ihr weitere solcher Let's Plays sehen wollt. Dann bis zu meinem nächsten Projekt. Ich bin Superslate, euer freundlicher Slate.